Die GL16K kann mit einem Führerschein der Klasse B selbst gefahren werden. Ihre kompakte Abstützung ermöglicht auch Einsätze unter sehr beengten Bedingungen. Der Kofferaufbau und die Ladefläche bieten ausreichend Platz für Werkzeug und Material. Die GL16K erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 16,35 Meter. Der Arbeitskorb ist in beide Richtungen verdrehbar und hat eine maximale Korblast von 200 Kilogramm. Die GL16K erreicht eine maximale seitliche Reichweite von 9,90 Meter. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.